Liebe Europäische Union, wir sind die Schüler, Schülerinnen des Marco Polo Gymnasium in Bari. Wir sind keine Kinder mehr, wir werden langsamer wachsen und sind aktive Bürger, Bürgerin unserer Stadt Bari. Wir entwickeln unsere Gedanken und Ideen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen eine Botschaft zukommen lassen. Bari ist eine Stadt, die reich an Ressourcen ist, aber auch viele Probleme aufweist. Wir leben in dieser Stadt und das Wohlergehen der Bürger liegt uns im Herzen. Dabei haben wir einige Vorschläge, um das Leben in Bari zu verbessern. Die Kritikpunkte der Stadt liegen insbesondere bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, die oft unpündlich und klimaschädlich sind. Deshalb fördern wir mehr elektrische Antriebsformen für Linien und Bürgerbüsse. Dazu brauchen wir jedoch nachhaltige Energie, weil fossile Verbrennungsmotoren nicht helfen würden. Man könnte vielleicht auch Stadtbussen Photovoltaikanlagen installieren. Wir hoffen, von Ihnen Gehör für unsere Anliegen zu erhalten. Wir danken Ihnen für die uns gegebene Möglichkeit, unsere Meinung äußert zu dürfen. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7. Untertitelung des ZDF, 2020